ausgeschieden bei den Trials im Halbfinal, also in London nicht dabei und Ben Wasser aus Frankreich. Also es sind nicht die ganz großen Namen in diesem 200 Meter Lauf, die Frage ist, bleibt tatsächlich einer der Läufer unter den 20 Sekunden, das ist in diesem Jahr noch keinem gelungen, keinem der hier an den Start geht. Zweier auf 4, Webb auf 5 und Gulliev auf Bahn 6. Der Blick natürlich auch von der französischen Regie auf die Franzosen auf 1 und 7. Und tatsächlich hat der Start beim ersten Mal geklappt, Jurendi Martina, also mit seinem vierten Start dabei wird es bleiben. Wie fest kann Jurendi Martina mithalten? In der Mitte, Webb und Gulliev schnell unterwegs, Gulliev zieht vorne Webb. Kann Amir Webb mithalten? Kann er nicht, es ist eine souveräne Angelegenheit für Gulliev und tatsächlich wird Martina hinter Gulliev zweiter. 20-15 für Gulliev. Starker Finish von Jurendi Martina. Der hat da noch Webb einholen können und läuft Saisonbestleistung der 32-jährigen Niederländer. Und es ist ja nicht so, dass er nichts gemacht hätte bislang am heutigen Abend. Lief schon 10.23 über die 100 Meter und dann jetzt Saisonbestleistung und Rang 2 für Jurendi Martina über die 200 Meter. Rashid Dwyer wird dritter der Jamaikaner, vierter dann Amir Webb. Aber alle schon mit gehörigem Abstand auf Gulliev. Der da froh sein kann, dass das Rennen zu Ende ist. Martina wäre sehr gut unterwegs gewesen. Also ein souveräner Auftritt von Gulliev. Der sich also in die Siegerliste eintragen kann, nachdem in Rom beim letzten 200 Meter im Rahmen der Diamond League André Digeras gewonnen hat vor Christoph. Ganz Knoton Vielen Dank.